Jugendliche kommen ab jetzt deutlich schneller und leichter an eine Ausbildungsstelle nach Wunsch. Die App Lehrstellenradar der Handwerkskammer für Schwaben macht das möglich. Hier finden Azubis von morgen alle aktuellen Angebote in ihrer Umgebung. Ich finde, das ist schon eine gute Sache, weil heutzutage ist es auch schwierig, eine passende Lehrstelle zu finden, weil es geht ja alles über Kontakte von den Eltern und so. Und da können auch die Jugendlichen selbstständig da was suchen. Ich finde das App sehr gut, weil man kann halt zwischen sehr vielen Berufen auswählen und auch den Radius halt bestimmen und ja halt in der Umgebung gut nach Berufen suchen. Per Smartphone oder Tablett lassen sich Ausbildungs- und Praktikumsplätze in der Nähe anzeigen. Mit dem eingebauten Radar lassen sich Handwerksbetriebe auch direkt ansteuern. Für die Betriebe geht es darum, ganz schnell und auch sehr unkompliziert sich zu erkennen zu geben, jederzeit verfügbar zu sein, wenn Lehrstellen frei sind und damit auch in den Kampf um die besten Köpfe mit eintreten zu können, ohne großen Aufwand. Es müssen keine Filme fürs Internet produziert werden, es müssen keine Medienkampagnen geschaltet werden, ich muss nicht in große Anzeigenformate gehen. An der Realschule in Bobingen wurde die App Lehrstellenradar bereits ausgiebig getestet. Schüler und Lehrer sind begeistert von den Möglichkeiten. Wir können sie unbedingt weiterempfehlen, die App, denn sie bietet viele Möglichkeiten, Umkreissuche, Berufssuche, Spezialisierungen, man kann eingrenzen, man kann weitersuchen. Also es sind extrem viele Möglichkeiten und die Schüler wollen auch experimentieren. So eine App muss viele Angebote bieten, damit sie auch weiterhin interessant bleibt. Das Lehrstellenradar wird täglich aktualisiert und deutschlandweit mit freien Stellen beliefert.